Was ist das Problem für OpenStreetMap? Und man möchte schöne sortierte Testdaten haben und naja, bisher funktioniert es so, jeder Entwickler macht das irgendwie für sich selber, irgendwas, was ihm so einfällt. Jeder hat deswegen ein bisschen andere Tests und insgesamt gibt es viel zu wenig, weil wir unsere Arbeit nicht poolen. So, Lösung ist, ganz klar, wir machen eine gemeinsame Sammlung von Testdaten und wo jeder beitragen kann, in die wir dann auf all die verschiedene Software einsetzen können. Und das bringt uns jetzt auch etwas weiter, weil wenn wir so eine gemeinsame Repository von Testdaten haben, dann haben wir eine Basis, auf der wir diskutieren können. Es gibt ja immer wieder Diskussionen in der Mailing-Liste, sollen Multipolygone jetzt genau so aussehen oder wie sind diese Daten zu interpretieren und was bedeutet das, wenn jetzt hier in der Relation noch dieses drin ist oder nicht drin ist oder anders drin ist. Und diese Diskussionen enden meist irgendwie im luftleeren Raum, weil man doch nicht so richtig konkret an Beispielen vorangeht. Und wenn wir einen Satz von Testdaten haben, wo wir gemeinsam dann darüber diskutieren und entscheiden können, okay, dieser Testcase, da muss das bei rauskommen und dieser Testcase muss so interpretiert werden, dann kommen wir vielleicht auch weiter damit, etwas mehr zu formalisieren, etwas klarer darzustellen, welche OSM-Daten denn wie sinnvollerweise zu interpretieren sind für das Rendering oder für das Routing und so weiter. Testdaten brauchen wir natürlich eine ganze Menge verschiedener, also wir müssen zum Beispiel Datenformate testen, also XML-Format, PBF-Format, okay, was passiert, wenn dieser XML-Tag da ist oder nicht da ist oder irgendwelche Unsinnstaten enthält, was soll denn dann genau passieren? Also die Datenformate müssen wir testen, wir müssen die Attribute testen, also diese Sachen wie die Change-Set-ID und der User-ID, was genau ist denn der anonyme User, welche User-ID hat der? Manche Software benutzt 0, manche benutzt minus 1, diese Sachen kann man dadurch vielleicht etwas besser festlegen. Wir müssen Geometrien testen, was passiert also, wenn ein Weg geschlossen ist, aber der End-Node ist ein anderer Node mit der gleichen Location, ist das dann eine Fläche oder ist das keine Fläche? Da gibt es sehr viele verschiedene Varianten, die wir testen wollen und natürlich auch die Tag-Interpretation, was bedeuten verschiedene Tags im Zusammenhang, das wird dann natürlich ein sehr, sehr weites Feld. Ich habe mal angefangen, so ein gemeinsames Testdaten-Repository aufzustellen, habe gesagt, ich will mal so eine geografische Anordnung haben, wo jeder Test ist hier in so einem von diesen kleinen Quadraten drin, das sind also alles einzelne Tests sozusagen, die aber so angeordnet sind, dass man, wenn man sie sich grafisch anschaut, so ein bisschen die zusammenhängenden Sachen sehen kann. Und in diesem Fall erzeuge ich aus den Tests Spatial-Lite-Dateien, die man jetzt hier also zum Beispiel im QGIS visualisieren kann, das sind mal die Multipolygon-Tests, die ich habe bisher schon, da kommen noch mehr dazu, aber das sind jetzt mal einige, wenn man ein bisschen näher reingeht, hier sieht man, also wie diese Tests aussehen und einfach OSM-Daten, die jeweils in einem bestimmten Bereich sind, jeweils auch in einem bestimmten ID-Bereich benutzen, dass man also mehrere Tests gleichzeitig laufen lassen kann und die kommen sich nicht in die Quere und da ist also jeder Node, jeder Way jetzt drin und wie diese Daten zu interpretieren sind. Also in dem Fall geht es ja um Multipolygone, das heißt, diese ausgefüllten Flächen, diese braunen Flächen, so sollen die Multipolygone nachher aussehen, wenn sie aus diesen Daten erzeugt werden und das ist jetzt zum Beispiel, was meine Software derzeit daraus macht, also diese blauen Flächen ist das, was erzeugt wird und das kann man sich dann beispielsweise im QGIS übereinanderlegen und kann mal schon mal gucken, okay, was macht meine Software, passt das irgendwie zusammen? Und das ist aber jetzt nur ein Anfang, nur ein Beispiel für die Art von Sachen, die man mit diesen Tests machen möchte. Was man natürlich auch machen möchte, ist, man möchte die automatisiert durchlaufen lassen, ich möchte nicht immer von Hand gucken, sieht das irgendwie richtig aus oder nicht, sondern ich möchte einfach MakeTest tippen können oder irgend sowas, dann sollen die Tests durchlaufen und das ist das also, was wir machen, da laufen die Tests durch, wird die Geometrien überprüft, wird geguckt, ob die valide sind im Geos-Sinne für die Leute, die wissen, was Geos ist, die anderen können das ignorieren, also die Geometrien, ob die korrekt sind, das heißt auch jedes Programm damit umgehen können müsste. Man sieht also jetzt hier, die meisten Tests laufen durch, einer bringt noch ein falsches Ergebnis und da habe ich jetzt also mal angefangen, solche Skripte zu schreiben, die für meine Software benutzt werden können, aber die auch andere Software benutzen kann, um ihre Ergebnisse zu testen. Jeder Testcase, den ich habe, besteht aus mehreren Sachen, also erstmal eine OSM-Datei, einfach so eine XML-Datei, wo drinsteht, wie die Tests dann drin sind, Referenzgeometrien, was soll denn dabei rauskommen oder sonstige Referenzdaten später, eine Beschreibung, was der Test macht oder was er da testen will, Angabe, ob das gültige Daten oder ungültige Daten sind, dass die Software das entsprechend auswerten kann. Die gleichen Tests hier zum Beispiel mal durch den OSM-2PGS laufen gelassen, also man sieht so ein bisschen, das Ergebnis sieht anders aus, aber man kann erkennen, es sind die gleichen Testdaten, die ja darauf angesetzt worden sind und ich hoffe, dass auch noch mehr Software sich da anschließen wird und dass wir gemeinsam an diesen Tests arbeiten. Und darum geht es, also dass möglichst viele Software eben da mit reinkommt. Ich möchte auch darüber reden, wie man die Tests strukturiert, das ist halt mal ein Versuch von mir, der mir sinnvoll erschien, aber andere Software hat vielleicht andere Anforderungen und wir brauchen natürlich mehr Tests. Wir müssen zum Schluss kommen. Genau, das ist ein super Eingang. Genau, und hier ist die URL. Dankeschön. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja. Passt, passt. Gut, dann geht es jetzt gleich weiter. Oh, erst mal das für mich. So, ist okay. Gut, ich will kurz was über Straßenschilderkennung, Automatisierte erzählen und auch dazu aufrufen, das Ganze mal zu benutzen und auszuprobieren. Es ist eine Bachelorarbeit, die an der Uni geschrieben worden ist, die aus zwei Teilen besteht. Zum einen eine Android-Applikation, Handy einfach ins Auto reinkleben, es werden Videosequenzen aufgezeichnet und dazu synchronisiert GPX-Tracks, also GPS-Tracks, damit man die Position weiß, dass man die Bilder dann georeferenziert hat. Und man hat eine Desktop-Anwendung. Ich will ganz kurz erklären, wie sie funktioniert. Und zwar ist Plugin-basiert. Es läuft am Anfang so ein Farbfilter drauf, der das Ganze im HSV-Farbraum konvertiert, um entsprechende Farbfeatures rauszusuchen. Sieht dann so aus. Ich habe in der Mitte jetzt mal so ein Bild mit vielen Schildern gezeigt. Ich kann jetzt einstellen, welche Farbfilter das ich haben will. Also zum Beispiel links oben den gelben Farbfilter, der mir die gelben Straßenschilder raussucht. Ich kann als nächstes dann einen Bildverarbeitungsalgorithmus drauflaufen lassen. Also als erstes mal so eine Blob-Analyse, damit ich die zusammenhängenden Bereiche mit einzelnen Schildern erkenne, suchen. Ich mache dann eine Hafttransformation, was jetzt ist nicht weiter wichtig, aber die erkennt im Endeffekt Linien und Kreise. Damit würde ich dann jetzt eben da oben zum Beispiel die Seitenlinien erkennen oder im Falle der roten Schilder, dass das Kreise sind. Ich weiß dann den Radius, ich weiß den Mittelpunkt. Und kann dann in einem dritten Schritt eine Klassifikation auf diesen Daten machen, damit ich dann eben sage, in einem Straßenschild muss normalerweise ungefähr in dieser Position sein, hat diese Größe, ist rot. Und bei Vorfahrtsschild sind es vier Linien, die dann in ungefähr so einem Winkel angeordnet sind und so weiter. Ist ein sehr aufwendiges Regelwerk dann auch dahinter, das man einstellen kann. Und die Java GUI schaut dann entsprechend so aus. Da lade ich das Video rein. Das ist jetzt hier ein Drittel des Videos abgearbeitet. Und ich sehe am rechten Seite die Street Objects, die gefunden worden sind, wo dann dieses entsprechende Objekt, das gefunden worden ist, ausgeschnitten wird und als Bild gespeichert wird. Das sieht man auch nochmal im Videobild, ich weiß nicht, ob es erkennbar ist, die grünen Flecken. Das ist da, wo er potenziell vom Farbfilter her ein Straßenobjekt erkennt. Und rot steht dann eben sein Circle zum Beispiel da, dass es da mit diesem Kreisfilter erkannt worden ist, dass da ein kreisartiges Objekt ist. Das Programm selber macht keine Klassifikation, was das konkret für ein Schild ist, sondern nur, dass es ein Schild ist und dass es rund ist. Das Ganze wird dann abgespeichert in ein GPX-File mit Waypoints. Das heißt, ich kann das in Chosen öffnen, sehe dann den Punkt, also den GPX-Track, wo ich entlanggefahren bin und sehe dann so Waypoints, wo ich eben dahinter ein Bild angezeigt bekomme, dass ich das dann in OpenStreetMap eintragen kann oder nicht. Ich habe es hier auch nochmal dazu geschrieben, manuelle Endkontrolle ist nötig. Es werden schon auch teilweise Sachen gefunden, die falsch sind. Zum Beispiel manchmal Autos, die hinten runde Bremslichter haben, die hier und da mal als falsches Schild erkannt werden. Und es gibt aber sehr, sehr viele algorithmische Parameter. Es wurde versucht, die Default-Einstellungen so zu machen, dass es möglichst gut funktioniert, aber man kann sehr viel nachoptimieren. Problem ist, ich selber bin kein Autofahrer. Es gibt sehr wenige Testszenarien. Ich habe ein paar Videos gehabt, auf denen ich es probiert habe. Da hat es eigentlich super funktioniert, aber ich rufe einfach mal so auf, das Ganze mal zu probieren. An die Autofahrer vor allem Videos zu generieren, mal auszuprobieren, ob das taugt, ob das was bringt, ob man da einen Vorteil hat beim Taggen. Deswegen, dass man das danach laufen lässt. Das Ganze findet sich auf GitHub. Die Person, die das geschrieben hat, wusste nicht so recht, wo sie es hochladen soll. Deshalb ist neben dem Source-Code in dem GitHub-Repository auch das Binary mit eingecheckt, was jetzt nicht so der Hit ist, aber okay. Das heißt, man findet auch die Binarys, die APK-File in dem GitHub-Repository und den fertigen JAR-File. Und wer will, kann sich das Ganze auch im OpenStreetMap-Wiki unter Research im Abschnitt Passau, findet man die Arbeit dazu, wo nochmal genauer erklärt wird, wie das Ganze funktioniert und wie man die Parameter zu verstehen hat. Es gab auch vor einiger Zeit im Forum schon mal eine Diskussion zu dem Ganzen. Es ist aber wirklich immer eigentlich daran gescheitert, dass keine Autofahrer da sind, die mal mehrere längere Videos machen. Und von dem her sage ich, Feedback ist auch willkommen. Kann man gerne im Forum dann geben. Deswegen, der ursprüngliche Entwickler hat zwar keine Lust mehr, es weiterzuentwickeln, hat mir aber Commit-Rechte gegeben. Danke. Okay, das ist doch ein guter Punkt. Danke, Christoph. Ich bin der Entwickler von wheelmap.org, komme vom Sozialhelden e.V., das ist sozusagen der Träger für wheelmap.org. Und wheelmap.org gibt es schon ziemlich lange, ich habe da auch gar nicht so viel drüber zu erzählen. Aber eine Sache, die wheelmap.org generiert hat, waren Datenspenden von anderen Anwendern, die gesagt haben, Mensch, das ist total toll, aber wie kriegen wir denn zum Beispiel unsere Bankfilialen da rein oder alle Feuerwehren oder was auch immer. Guckt mal, hier habt ihr so eine Datenspende, kippt die doch mal rein. Dann standen wir da und hatten auf einmal ganz viel Daten und wussten nicht, so, in die Open Street Map reinkippen, schlechte Nummer. Es gibt ganz viele POI-Daten, die schon drin sind. Und da sind wir zu dem Schluss gekommen, wir wollen ein Tool haben, was es Leuten ermöglicht, zu kontrollieren, sind diese Daten schon in der Open Street Map und wenn ja, können wir die vielleicht anreichern oder können wir sie importieren, ohne quasi Dubletten zu erzeugen und dann sie so langsam so reinzumassieren. Und unsere allererste Alpha-Version habe ich jetzt mal online gecheckt und ich wollte sie einfach mal kurz demonstrieren. Letztlich kann man sich mit seinem Open Street Map Account einfach anmelden und dann landet man halt auf so einer Seite. Hier ist nochmal eine öffentliche Seite. Ich habe mal Probeweise einen Datensatz importiert von der Hypovereinsbank. Man kann halt die aus den Fortschrittsbalken sehen. Aber was letztendlich der eigentliche Vorgang wäre, wenn jemand sozusagen mithelfen möchte, Daten zu kontrollieren, er sagt so, ey, ich will Daten in meiner Umgebung angucken und man kriegt die sozusagen sortiert nach der Entfernung. Die sind jetzt halt ein Stück weiter weg, aber whatever. Ja, gut. Mal angenommen, ich wäre in Landshut und würde mich dort auskennen, dann würde mir auffallen, so, oh, Hypovereinsbank sieht aus, als wäre die noch nicht drin. Und man könnte sie jetzt quasi in der Open Street Map anlegen. Ansonsten würden halt hier auf dieser Tabelle so Kandidaten erscheinen. Wir können das jetzt mal überspringen und es funktioniert hervorragend gut. Wir nehmen mal einen schnellen anderen. Soviel zum Thema Live-Demo. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel einen Kandidaten und es sieht aus, als wäre er tatsächlich schon drin. Da ist so ein kleiner Marker. Und jetzt kann man halt hingehen und mal kontrollieren, so, oh, jetzt haben wir zwei Daten. Links die Datenspende, die wir bekommen haben, rechts die Daten aus der Open Street Map. Und jetzt kann man quasi mit einfachen Klicks sagen, ich möchte die Daten oder die Daten, übernimmt die, speichern, warm, off it goes. Live-Demo. Herzlichen Glückwunsch. So, also die ist sozusagen nicht live geschaltet. Jeder ist eingeladen, einfach mal drin rumzuspielen. Ihr macht nichts kaputt in der Open Street Map. Deshalb ist sozusagen der Weg in die Datenbank ist quasi noch nicht aktiviert. Aber wir sind der Meinung, dass dieser Weg quasi ein Ansatz ist, um Daten in die Open Street Map zu kriegen, die da vielleicht reingehören, ohne aktuelle Daten zu zerstören, kaputt zu machen, sondern sie einfach mit anzureichern und wenn sie tatsächlich noch fehlen sollten, halt hinzuzufügen. Und, ja, wie gesagt, ist eine Early Alpha. Wir sind A für Feedback dankbar und, ja, müsste mal noch repariert werden. Aber, ja, wie gesagt, Feedback sehr gerne. Der Code ist online unter github.org slash sozialhelden. Warte mal, github.com slash poichecker. Immer noch. Ja, wenn man es richtig macht, dann geht es vielleicht auch. Das ist eine Ruby on Rails Anwendung, dieses Open Source. Falls sie euch gut gefällt, könnt ihr mitmachen oder per Git-Tipp auch einen Euro spenden. Ansonsten, ja, vielen Dank. Genau, du bist der Nächste. Du hattest keine vorhin, ne? Alles klar. Alles okay mit dem Ton? Okay. Hallo, mein Name ist Tobias Preuss. Ich bin eigentlich gar nicht aus der GIS-Szene, bin Medieninformatiker, habe hier in Berlin studiert. Beschäftige mich mit Open Data, Open Source Anwendungen und auch mit Straßenbäumen. Das wird gleich das Thema sein. Ansonsten bin ich interessiert, hier jemanden zu finden, der sich mit Pegelständen von Flüssen beschäftigt, weil ich da gerade arbeite in so einem Projekt. Und ansonsten habe ich die Android-App für die Foskis hier zusammengebaut aus Source-Code, den es schon gab. Und ich hoffe, die ist benutzbar. Und dann gibt es noch eine Umwelt-Zonen-App, die auch Open Source ist. Das Thema Straßenbäume. Und zwar habe ich meine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben. Ich habe mich dort mit Open Data beschäftigt im bundesdeutschen Gebiet, habe dort Umfragen gemacht, habe den internationalen Zustand auch untersucht und wollte herausfinden, ob es Straßenbaum-Daten gibt, also Katasterämter, ob diese veröffentlicht werden und was für Daten dort vorhanden sind. Und dafür habe ich den Kontakt aufgenommen mit jeweils den Bundesländern, habe mir jeweils die größten Städte rausgesucht, jeweils zwei. Und habe telefonisch und schriftlich mit dem Kontakt aufgenommen und eine Auswertung gemacht. Und im praktischen Teil meiner Arbeit habe ich eine kleine Anwendung für Android programmiert, die mit einem entsprechenden Server-Backend die Daten der Stadt Wien aufs Smartphone bringt. Und ja, dort einfach ermöglicht, dass der normale Smartphone-Benutzer diese Daten einsehen kann und sich informieren kann, wie alt ist der Baum, was ist das überhaupt für ein Baum und vielleicht was da noch drumherum zu erfahren ist. Warum ich jetzt hier spreche, ist der Grund, dass ich ja mitbekommen habe, dass in der OpenStreetMap halt auch relativ viele Daten vorhanden sind. Und ich wäre sehr daran interessiert, wenn jemand sich mit dem Thema Straßenbäume auseinandersetzt, mit demjenigen zu sprechen und da Ideen auszutauschen. Und das soll es schon gewesen sein. E-Mail-Adresse steht dran. Ansonsten findet man mich vielleicht auch über irgendwelche Apps. Danke. Der letzte Speaker. Oh. Oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.